Leute und Herzlich Willkommen zu Luigi's Mansion 3 Wir gehen heute in die nächste Tausche Das ist, dass ich Glibber oft habe Ah ja Oh ok Also ich spür das halt probieren aber Oh hier ist die Stärke Oh ja Hier geht es jetzt ab Oh oh Die Frage ist Wo ist er? Wie kommen wir eigentlich die auf? Hm Komm runter Er hat ja viel Geld Hier Aber war das nicht wichtig? Hä? Oh 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 Nicht gut Muss ich den Oh scheiße Muss der auch einsaugen? Hä? Hier muss ich den Geist besiegen Hä? Wie soll das gehen? Muss ich den vielleicht so anpumpeln oder so? Hm So ja toll Sagst du mir jetzt Hallo So geht das Jetzt kann ich ihn aber nicht einsaugen Weil er drin backt So ist das Spiel Ah und dann kann ich ihn an der Zunge packen Ach so So wird es ganz viel einfacher Wie doll eigentlich auch Dem haben wir sorgendlich gezeigt Aber leider ist er noch nicht da Was war die Wiese? Oh es ist aus mit dir Alter Halbzeit. Nice. Unseren ersten Bubi gefangen. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich das aufmache. Ach nee, ich habe eine Idee. Vielleicht mit dem das aufschauen. Ach nee, warte. Das hier aufmachen. Ich bin ja blau. Nice. Okay. Alles okay. Gehen wir weiter. Unsere eigentlichen Tätigkeiten nach. Da haben wir ein Ubu gefangen und können trotzdem ins nächste Spock-Koll. Ja. Besser eigentlich. Ähm. Ja. Und. Okay. Ich weiß nicht. Ähm. Was ist neu? Ich glaube das hier. Konzeptbereich. Ich glaube da waren wir noch neben. Da fahren wir jetzt mal hin. Bei guter Musik. Ich glaube da war das Schumann. Ich weiß nicht. Ich glaube da war das Schumann. Ich weiß nicht. Genau das war es so. Ja. Ich weiß nicht. Bis dann lass mich über die Musik gehen. Wir wollen. Wir wollen das mal hin. einen anruf lütsch 0 es geht dann kann man sich die wege versparen den angst das ziehen wir erstmal weg hier doch ein bisschen geld das können wir doch ausleuchten ausleuchten dann gehen wir mal in die konzerthalle ich habe gar nichts da tot oder eine der totes ich habe mich jetzt mit dem boss oh lol Was ist das? was ist jetzt los egal was geht hier ab und konzert vor gott ding ist geflogen stühle halt der spiel dann wirklich weiter Ah moin Ich glaube ich habe noch einen Kreis Alter Nice Komplette Konzertzeug kaputt gemacht Stolz auf dich Oh Stimme hier Wie kommt Leute Ah ne geht er noch nicht Lass mal deine Brille weg Deine auch Oh Gott Nein nur eine Ja hör mal hin das Jetzt kommen noch mehr Wir haben auch alle eine Brille Scheiße das war jetzt dumm von mir Oh Gott jetzt kommen da alle Komm jetzt gib mir die scheiß Brille hier Oh Gott Oh Gott hat jeder Glück also So schlank doch auf den drauf Och man Junge Och Digga Es ist unmöglich Gefühlt Hauptsache ich habe ihn nicht getroffen Alles klar Ich habe hier gleich noch Minden Und sagt Genau Danke Lass mal ein bisschen low machen Die zwei Slash und Slash Oh Gott Ich glaube das ist ungesund Wie schnell ist es runter springt Oder keine schnauze Oh Hä Was muss ich so machen Vielleicht in diesem Oh oh Ähm Wieso explodieren die nicht Ähm ja Was Wie soll ich dem ausweichen Ja das geht weg Oh geil Wie Hm Ja geil ich weiß nicht was ich machen muss Ohohoho Guck mal, verpiss dich doch Ohoho Ah, warte mal, ich hab ne Idee Okay, ja, jetzt ist spätig, glaub ich muss die dann reinschmeißen, oder? Ohm Alter, auch nicht, was ist das eigentlich für ein aggressives Klavier, Alter Ohoho Wie, wie weiche ich denn der Shockwave aus? Genau, jetzt, komm mal kurz her Ja 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 Ja, wo sind jetzt die anderen Bomben? Ja, geht Wirst du ihm Parioli bieten können? So, warte Ach, scheiße, hätte er wahrscheinlich, oh Gott Wahrscheinlich noch mal dran ziehen können, aber egal Okay, okay, jetzt hab ich's auch begriffen Jetzt wird das Ganze ein bisschen einfacher Bei uns Oh, no, nice, nice Boah Oh, nee, das war dumm Weiß halt nicht Wie, zu Hölle Oh ja, nein Ach, scheiße Wie, zu Hölle kann ich Warte mal, das war gut Ach, guck mal her Ach, scheiße Kommt her, Bombay Kommt her, Bombay Kommt her, Bombay Ich glaube, ich kann jetzt hier nochmal, oder? Kann ich jetzt nochmal? Oh Oh Das hat ein Smash gegeben Ob jetzt diese Akku Oh Gott, Alter, aber, er ist einfach Magier, oder was? Ich habe 450 Leben Wenn wir auch so ein Scheiß klopft hier, das willst du kommen So richtig Ach, scheiße, jetzt ist er wieder aktiv, oder was? Aber das klappt hier schon nicht mehr so, Gott Nicht mehr so gut zu Fuß, würde ich mal sagen Lol Oh, ich hab dich gefährlich, dieses Klavier Oh, zum Glück hat es mir keinen Schaden gegeben, denn ich bin... Oh, ich hab zweimal fast reingelaufen obtained Bumm Oh loil Ja Oh, da ist toll Oh hat das knapp ey Kannst mal kann man jetzt mal zurück auf deine blöde Bühne gehen, also? Hau Nihu một Ich habe keinen Schaden bekommen. Ach, Digga. Ja, okay, gut. Scheiß mal, äh, scheiß mal. Schieß mal wieder Bomben. Geh weg. Oh, Luigi. So, komm her. Lauf hier, du. Komm her, hör mal her. Genau. Oh Gott, der Magier. Move, haute hier raus. Du, er kann sich auch irgendwie teleportieren. Das ist richtig anzutausend. Warte, ich sauge ihn jetzt einfach mal. Bis er so richtig low ist und dann smash ich ihn erst rum. Ist das nicht schlauer? Dann muss ich nur einmal oder zweimal halt. Okay. Vielleicht war es sonst. Wollte laufen. Ach, Digga, was hat er? Hä? Ich schicke... Was hat er gesagt? Komm, 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 komm. Ach, meine Hand ist so schwitzig, ich kann nicht zurückhalten, der Typ. Juhu, was hat er auch für eine Kraft, ey. Das ist ja auch unnormal. Ach, scheiße. Was war denn, ich hätte ihn jetzt smashen sollen. Ey, jetzt fau doch ab, du. Oh, hat es knapp. Oh. Hey, Digga. Ja, es war klar. Oh Gott, nur noch 19 HP. Ich hab keinen einzigen Hut mehr kassieren. Was soll ich denn jetzt auf Leben bekommen? Ich bin mir gehasst, aber auch komplett. Und jetzt heilherzen fallen lassen. Wollte ich mich verarmen? Glück hatte ich in Goldknochen dabei. Und Bullet... Ah, Bullet. Jeder Geisterhund hat mich zurückgeholt. Ah. Aua. Und instans wieder einen Hit kassiert. Das ist doch zu Mäusemplänken, Alter. Und schon wieder, was? Hey, Bruder, das Spiel ist einfach zu schwierig für mich. Was? Ich hab bitte kommen jetzt raus, dann können ich wieder einsaugen, aber... War wohl nix, war wohl nix. Oh, mach keine Faxen, Alter. Oh, Leute. Hey, ich hab auch schon wieder mal ein bisschen... Ja, ich hab auch schon wieder die Schüsse... Nein, nicht schon wieder jetzt. Ich hab doch mal deinen komischen Schüsse... Nein, so. Ist ja auch so stressig, dieses Game. Ja, komisch im Herzen. als ob hier vor meine Nase despawn, das gibt es doch gar nicht. Oh leu! Der Typ sieht aber auch komplett aus. Oh! 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 Ach krass! Und wie lange macht er das noch? Naja... Es ist stressig. So, endlich mal wieder. So schließt mal was genau. Bumbe ist... Boah! Das ist nicht passiert. Junge! Komm her! Die ist unten durchgeglitscht. Junge, das Spiel ist so buggy gerade. Und jetzt sprengt es mich auch noch weg. Komm, verarschen kann ich mich selber. Jetzt mach doch keiner rein, ey. Direktes Spiel! Mann! Ey, Junge! Ganz ehrlich, kein Bock mehr, ey. Ja, das ist so eine Scheiße. Ich hatte das Ding wie zweimal geschossen oder so. Es hat mir nie gehittet. Und einmal ist es sogar durchgefallen. Nur das Game ist so scheiße. Ganz ehrlich ist es... Wieso ist das so gebackt? Mann, ihr könnt mir noch nicht über... Oh! Ja, wahrscheinlich, nee. Ich freck hier gleich wieder. Ich bin mir eigentlich nicht. So akku gerade. Ich war schon so spät. Ich war auch schon so müde. Ich freu mich schon so hart, morgen irgendwie wieder über eine Stunde zusammenzuschneiden. Juhu. Okay. ざ Auch. Er king... Häh! Das Gräumen! nicht mal ein bisschen krassere gegner und ich schaffte nicht wie soll ich denn ich soll ich denn der buch schaffen der ganz am schluss kommt und jetzt leckt auch noch das spiel danke jetzt kommt jedes mal erwischt erwischt es nicht einfach endlich komm es gibt mir eine scheiß bombe hier kommen ja ja wahrscheinlich und wir auf konzert flügel ja da rauf da jetzt ziehen jetzt finden wir die noch mal so richtig ja es ist gut ja wahrscheinlich sein blöde kam er hat kommen kann wir haben ja wahrscheinlich wegen 15 habt ja ich gehabt ne heißgeist alter nachkommen ja reicht doch jetzt mal ich glaube es einfach nicht nehmen jetzt diesen scheiß dinge wieder kommt es noch eine dämliche maus oder sowas und schnapp mir den wieder weg wir können tod befreien das machen wir noch kurz natürlich ich sage jetzt in jedem hund und dann habe ich auch und da ist auch ich sage es schon jetzt ich 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 ok leute bringe tot jetzt einfach mal zurück und ich würde mich sagen ja ich würde mich sagen würde ich würde sagen das was mir diese folge Luigi's Menschen 3 wenn es euch gefallen hat lasst doch ein like und ein abo da ich gehe jetzt noch mit dem kleinen tot runter und bis zum nächsten mal Leute ciao ja ja ja